Verschwunden, verloren, obwohl das niemals passieren darf. Pistolen, Gewehre oder Munition, die eigentlich ausschließlich in die Hände von Sicherheitsbehörden und der Bundeswehr gehören. Doch genau dort bleiben sie nicht, denn in den vergangenen zehn Jahren sind mindestens 105 Schusswaffen abhandengekommen. Konkret heißt das, bei den Polizeien der Länder sind 35 Dienstwaffen verschwunden. Bundespolizei, Bundeskriminalamt und Zollverwaltung vermissen zwölf Dienstpistolen. Mehr als die Hälfte der Verlustfälle geht auf das Konto der Bundeswehr. Unter anderem halbautomatische Pistolen, Schnellfeuergewehre und Sturmgewehre. Insgesamt betrachtet wird ein Teil der Waffen bei Wohnungseinbrüchen gestohlen, bei Einsätzen liegen gelassen oder kommt bei Truppenübungen abhanden. Die Frage, die sich dann stellt, in welche Hände geraten sie? Die innenpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Irene Mihalic, fordert, den Verlust ernst zu nehmen, macht auf die Gefahr durch Rechtsextremisten aufmerksam. Niemand mag sich vorstellen, was passiert wäre, wenn der Täter von Halle eine solche Waffe zur Verfügung gehabt hätte. Zustimmung seitens anderer Parteien. Für den FDP-Innenpolitiker Benjamin Strasser ist das Verschwinden von mehr als 100 Waffen ein heikles Thema, das von der Bundesregierung viel zu stiefmütterlich behandelt wird. So habe man in der Vergangenheit mehrfach feststellen müssen, dass diese Waffen am Ende bei politischen Extremisten gelandet seien. Die Innenexpertin der Linke-Fraktion, Martina Renner, fordert Konsequenzen. So sollte jede abhandengekommene Waffe eine Strafanzeige zur Folge haben. So sollte jede die Abhandengekommene Waffe eine Strafanzeige aufgeben. So sollte jede Abhandengekommene Waffe ein ablegenkommene Waffe eine Sprecherin. So sollte jede Abhandengekommene Waffe eine Sprecherin der Konsequenzen übernehmen. Vielen Dank.